Guten Tag, mein Name ist David Pauz und ich bin der Geschäftsführer von Flex Tragedies und in diesem kurzen Video nehme ich Sie auf eine kurze Reise und zwar auf meine eigene Reise, auf die Reise, wo ich entschieden habe, mich nach Dubai umzudrehen bzw. nach Dubai auszuwandern. Damals, als ich mein Unternehmen in der Schweiz gegründet habe, das war direkt in der Krise, deswegen habe ich immer gesagt, ich bin ein Kind der Krise, damals wollten alle in die Schweiz, alle wollten ihre Unternehmen in der Schweiz gründen, als die Finanzkrise ausbrach, alle wollten ihr Kapital in die Schweiz retten und das war ein unglaublicher Boom für die Schweiz. Nach der Finanzkrise wurde der Finanzplatz Schweiz ausgetrocknet. Plötzlich kamen Probleme wie die Steuer-CD aus Lichtenstein, irgendwann die Panama Papers und die Regularien in der Schweiz wurden immer strenger und immer strenger. Speziell ging es dort um das Bankgeheimnis, das Bankgeheimnis wurde attackiert. Ich damals als junger Treuhänder habe das nicht verstanden, weil ich wusste, wo das Bankgeheimnis herkommt. Das Bankgeheimnis wurde damals von den Schweizern erfunden, in Zeiten des Beginns des Zweiten Weltkriegs, als es darum ging, das Vermögen von Menschen, die in den Zweiten Weltkrieg hineingezogen wurden oder Ländern, zu schützen. Das Bankgeheimnis war also zum Schutz vor politischen Umbrüchen gedacht, nicht zur Steuerhinterziehung oder zur Vermeidung von Steuern, sondern zum Schutz des Vermögens von Privatpersonen, Unternehmen und so weiter. Ich habe das also nicht wirklich verstanden und habe mich danach direkt umgesehen, ob es denn noch andere Länder gibt, die eventuell das Bankgeheimnis hochschreiben und bin dann kurz danach auf die Vereinigten Arabischen Emirate gestoßen, auch auf Singapur, auf Hongkong und habe mir diese Länder im Detail angeschaut, bin dort hingereist und habe versucht, das System zu verstehen. Und dabei waren die Emirate ein unfrosperierend, ein Land im Wachstum, im Aufbruch, trotzdem, dass es damals noch gekriselt hat, hat man das wirklich nicht mitbekommen in den Emiraten. Also die Motivation, der Mindset, das war alles sehr, sehr interessant für mich. Und ich wollte unbedingt herausfinden, wie funktioniert ein Land, das keine Steuern erhebt. Als ich das dann erkannt habe, dass es auch Länder gibt und Systeme gibt, die ohne der Erhebung von massiven Steuern, von teilweise bis zu 50 Prozent, prosperieren und wesentlich besser funktionieren als ein Land, das unfassbare Bürokratie hat, Steuern, Kontrollen etc., habe ich mich relativ kurzfristig dazu entschieden, ein Unternehmen in den Vereinigten Arabischen Emiraten zu gründen. Und das war relativ kompliziert. Also es hat ungefähr sechs Monate gedauert, bis ich das geschafft habe, weil ich natürlich keine Ahnung hatte von den Regularien, von der Bürokratie. Ich wollte nicht zu irgendjemandem gehen, der mir irgendein Angebot macht. Ich wollte das alles selber machen. War relativ kompliziert und schwierig. Kannte niemanden, der dort Deutsch spricht. Mein Englisch war damals noch relativ schlecht. Aber nach sechs Monaten hatte ich es dann und dann hat es nochmal sechs Monate gedauert, bis ich mein Firmenkonto hatte. Und irgendwann konnte ich dann anfangen, Geschäfte zu machen. Das war dann sehr spannend, weil die Buchhautungspflicht de facto nicht gegeben ist und ich mich wirklich zu 100 Prozent darauf konzentrieren konnte, Einnahmen oder Umsätze über dieses Unternehmen zu generieren. Und sehr kurz danach bin ich dann auch nach Dubai gezogen, habe meinen Hauptsitz aufgegeben und meinen neuen Hauptsitz in Dubai bezogen. Und das war meiner Meinung nach eine der besten Entscheidungen, die ich treffen konnte. Trotzdem, dass die Schweizer Steuerlast nicht so hoch ist wie in Deutschland. Aber wenn man die Bürokratie, wenn man die Kosten mitberechnet, dann kommen wir durchaus in ganz ähnliche Richtungen. Das habe ich aber erst gemerkt, als ich in Dubai gewohnt habe, weil plötzlich hatte ich doppelt so viel Gewinn im Prinzip. Und das merkt man wirklich erst, wenn man dann hier lebt, dass plötzlich das Geschäften wesentlich leichter fällt und es ist wesentlich einfacher. Das Land ist natürlich wunderschön, es ist sehr convenient, so sagen wir das auf Englisch, also es ist sehr angenehm hier zu leben, weil die Dienstleistungen hier sehr günstig sind. und man bewegt sich hier so im Zentrum der Welt, meiner Meinung nach. Wir haben einen Flughafen, wo wir in jedes Land fliegen können, direkt, also ich kann direkt nach Australien fliegen, ich kann direkt nach San Francisco fliegen oder nach New York, ich kann direkt nach Berlin fliegen oder nach Rom, nach Afrika, bis nach Südafrika. Alles kein Problem. Sobald ich im Emirates Flieger sitze, bin ich oder fühle ich mich zu Hause. Das heißt, wenn ich einen langen Flug antreten muss, zum Beispiel von San Francisco nach Dubai, sobald ich im Flieger sitze, bin ich in Dubai. Das ist ein ganz interessantes Gefühl. Das heißt, wir sind hier von der Steuer befreit, wir sind hier von der Buchhaltungspflicht im weitesten Sinne befreit. Also es gibt zwar in gewissen Free Zones und Mainland Companies Auditing Pflichten, aber die sind sehr, sehr minimal. Und ich bin der Meinung, gerade in diesen Zeiten, wenn man sieht, wie so ein Europa aussieht, wenn man sieht, wie sich die Länder bewegen, in welche Richtung sie sich bewegen, wenn man sieht, dass plötzlich Krieg in Europa ausbricht, mit einer Großmacht, also wir reden hier nicht von kleinen Konflikten, sondern wir reden mit Krieg, mit einer Großmacht, wo sich mittlerweile Deutschland mit Waffenlieferungen beteiligt, was ein klarer Kriegseintritt ist, egal welche Motivation dahinter steht, es ist ein Kriegseintritt und man weiß, zu was das führen kann. Das hat uns die Geschichte gelehrt. Anscheinend haben wir aus der Geschichte nicht gelernt, zumindest die Politik scheint nicht daraus gelernt zu haben und meiner Meinung nach müsste man sich an den Tisch setzen und Dinge diskutieren und verhandeln und Deals machen und nicht in den Krieg ziehen. Wir bewegen uns aktuell in einer Inflation, die so hoch ist wie nach dem Zweiten Weltkrieg. Wir bewegen uns in massivem Konfliktpotenzial, das jederzeit eskalieren kann. Wir bewegen uns in Gaspreisen, die so exorbitant sind, dass viele Menschen sich das nicht mehr leisten können und das schafft Potenzial, Konfliktpotenzial und das wird irgendwann mal schief gehen. Deswegen bin ich der Meinung, der Middle East, United Arab Emirates, also die Vereinigten Arabischen Emirate, Saudi-Arabien, Südostasien, das sind Gebiete, die prosperieren werden in den nächsten Jahrzehnten. Gerade auch deswegen, weil sie versuchen, sich aufs Business zu konzentrieren und nicht auf irgendwelche Sanktionen oder auf Krieg. Und daher denke ich, es macht Sinn, sich diese Länder anzuschauen und vielleicht zu evaluieren, sich hier niederzulassen und hier seine Unternehmen zu gründen und von hier aus weiter zu wachsen. Ich hoffe, ich konnte Ihnen einige Einblicke geben in meine persönliche Geschichte und vielleicht lernen wir uns irgendwann mal auch persönlich kennen. Vielen Dank.